Keine Ahnung. Wofür machen wir das ja alles überhaupt? Ich meine, ich habe mich nie für Politik interessiert. Ich wollte nie in die Politik. Ach nee, ich wollte einfach nur... Rauchen gehen. Es gibt da längst keiner Zeit in die Buchung geschrieben. Ich ging auf die Straße. Doch wofür? Wofür? Ich schrie Protestions. Doch wofür? Wofür? Ich war dagegen. Doch wofür war ich dagegen? Ich konnte nicht nachgehen. Doch wofür? 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 Sie ist Josefina. Wofür? Wofür? Oder Mary oder Gina? Wofür? 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 Weermann. Wofür? 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 Wofür manageable. C, D und Eoll. Wollte immer schon Gitarre spielen, doch dann lernte ich Klavier. Ich übte Bach, doch ich liebte Krach. Ich übte weiter, ich frage mich, wofür? Nur für sie. Nur für sie lernte ich Latein. Das ist Latein heutzutage verschwein. Ich wollte nur Kerstin cooler Macherfucker sein. War ich auch irgendwie aber nur für sie. Nur für sie. Nur für sie. 1, 2, 3, 4. Wann werden wir die Frauen hier beziehen? Wann werden wir nicht mehr unten liegen? Don't fuck thatymachla ne. Fuck you! Ne, ne. Wir stehen hier und finden uns. Wir stehen hier und finden uns. Wir stehen hier und finden uns ins Stil. Der ganze Applaus ist nur für Sie. Vielen Dank.